Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was ist jetzt das, was unterscheidet eine, oder was ist eine Kakao-Zeremonie jetzt so? Ja, das ist ein relativ dehnbarer Begriff. Und ich würde sagen so, das Grundlegendste, was ich dazu sagen kann, ist, eine Kakao-Zeremonie ist, wenn du dich hinsetzt und in einem bewussten Raum mit einer bewussten Absicht einen Kakao trinkst. Also du hast einen Raum, du hast eine Absicht, eine Intention und dann trinkst du diesen Kakao und gibst dem Ganzen einfach seine Zeit und seinen Raum. Das ist so most basic, letztendlich ein bewusster Konsum, der da stattfindet. Und es ist eine Zeremonie, weil es ist ein Ritual. Also Zeremonie ist gleichbedeutend mit Ritual tatsächlich und Rituale haben wir ja alle. Ob jetzt bewusst oder unbewusst, die Kippe und der Kaffee am Morgen ist ein Ritual. Vielleicht keins, was uns besonders gut tut. Und durch den Kakao entsteht eben ein neues Ritual. Es wird genannt, die Kakao-Zeremonie. Ist jetzt ein sehr trendiger Begriff. Ich sage mal, diese Grundlage, die ich gerade beschrieben habe, die lässt sich natürlich erweitern. Du kannst das mit mehreren Menschen machen. Du kannst dich mit der Qualität des Kakaos verbinden, mit der Wirkung des Kakaos verbinden. Du kannst Dankbarkeit einladen zum Beispiel, um dich noch wohler zu fühlen. Du kannst Zeit dir nehmen für Visualisierung, wovon wir ja wissen, dass das funktioniert. Wenn wir uns lang genug irgendwas visualisieren, dann wird es für uns Realität. Du kannst sehr gut singen, tanzen, all das, was durch die Wirkung vom Kakao beflügelt wird. Du hast durch das Theobromin im Kakao eine gewisse geistige Klarheit. Ähnlich wie bei Koffein, nur viel milder. Und du hast durch die Neurotransmitter eben so einen leichten, so einen Glücksbuzz, so ein bisschen in dir drin. Weil du denkst, oh, ich fühle mich richtig gut. So wie vielleicht so die sehr abgespeckte Version von MDMA. Ja, ich musste da auch gerade denken, als du das so gesagt hast. Genau, es ist wie, habe ich tatsächlich auch schon mal so beworben gesehen, so Legal MDMA, ist es natürlich nicht. Und es geht in die Richtung von, okay, ich fühle mich jetzt ein Stückchen wohler und was möchte ich mit diesem Wohlgefühl machen? Und da geht natürlich alles. Du kannst in ein super tiefes, schamanisches Ritual gehen mit Trommeln und Musik und Räuchern. Du kannst aber auch einfach einen Spaziergang in der Natur machen und es genießen, im Hier und Jetzt zu sein, ein bisschen präsenter zu sein als sonst und dich selber einfach wohlzufühlen. Und diese Rituale, die dadurch entstehen, was du jetzt gerade gesagt hast, da würde ich jetzt gerne nochmal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Oder auch, was du vorhin gesagt hast, mit dem Kakao-Lifestyle. Also mir kommt so vor, als ob Kakao ein sehr gutes Werkzeug ist, um überhaupt mal zu merken, dass es Sinn macht, Rituale in unser Leben zu bringen. Dass es Sinn macht, Dinge bewusster zu machen. Nicht einfach nur zu tun, um etwas zu erreichen oder weil man das halt so macht, sondern weil es auch irgendwie das eigene Leben verbessern kann. Was würdest du sagen, was war für dich so der größte Benefit jetzt durch Kakao-Zeremonien oder Umgang mit Kakao? Also wie hat Kakao dein Leben verändert? Aber du kannst auch gerne von anderen Menschen sprechen, was so die typischen Veränderungen sind, die dadurch erreicht werden können. Ja, also für mich hat das einen overall Benefit in meinem Gesamtzustand gebracht. Also ich habe ein gesünderes Ernährungsmuster angenommen. Ich fühle mich alles in allem wohler in meiner Haut. Es ist so, als hätte ich so ein bisschen den Glückstoffwechsel in meinem Körper angekurbelt. Weil wir werden ja erzogen in einem System von, okay, du darfst glücklich sein, wenn du was erreicht hast, wenn du eine gute Note geschieben hast oder wenn du dir was gekauft hast oder so. Es ist halt alles so in diesen Dopaminstoffwechsel rein. Und dann hast du Sex gehabt, Orgasmus, yeah, wieder Dopamin und so. Und dann hast du immer wieder diese kleinen Peaks und dazwischen sind so Täler der Enttäuschung und der Hoffnungslosigkeit. Und mit Kakao hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, oh wow, das gibt mir nachhaltig ein gutes Gefühl, ohne starke Nebenwirkungen, ohne das Gefühl abhängig zu sein. Und oft, wenn mich Leute fragen, hey Mischa, ich trinke jeden Tag Kakao, bin ich jetzt süchtig, sage ich ganz gern, hey, es ist eine gute Gewohnheit. Wenn dir etwas gut tut und du das jeden Tag machst, das kann ja auch Meditation sein. Wenn du jeden Tag meditierst und du es geil findest, bist du dann meditationssüchtig. Nee, es ist, wir funktionieren ja in Gewohnheiten. Und Kakao hat so mein ganzes Gewohnheitssystem zum Positiveren verändert, würde ich sagen. Dann wäre ja auch Zähneputzen eine Sucht. Genau, weil ich kann es einfach nicht lassen, dieses Zähneputzen. Ich habe heute also in einem Buch gelesen, eine Sucht ist, also eine Sucht ist ab dann, wenn du ein kurzfristiges Craving nach einem gewissen Gefühl hast, wenn das langfristig, aber irgendwie Nachteile für dich oder für andere hat und wenn du damit einfach nicht aufhören kannst, dann ist es eine Sucht. Und dann wäre Zähneputzen ja wahrscheinlich nicht Teil davon, aber vieles andere. Ja, genau. Und was ich bei Kakao gemerkt habe, ist, ich habe nicht dieses Craving. Ich hatte noch nie das Gefühl, ich hatte heute meinen Kakao noch nicht, scheiße. Hatte ich nicht, weil Kakao ist immer so die Kirsche obendrauf. Und mittlerweile merke ich es vielleicht schon, dass ich den Kakao noch nicht hatte, weil ich mit meiner Frau immer ein Ritual drum herumspanne. Einer von uns beiden macht den Kakao, ist auch immer so ein kleines Ritual. Was tut man rein? Wie würzt man ihn? Wie süßt man ihn? Und dann, dass wir uns zusammensetzen und diesen Kakao zusammen bewusst genießen. Weil wir sind beides so Macherpersönlichkeiten und wir verlieren uns super schnell darin, ganz viele Sachen zu machen, Listen zu schreiben, die abzuarbeiten. Und dann passiert es halt mal schnell, dass man sich morgens gesehen hat und dann sieht man sich abends wieder. Und beide sind total fertig und es gab keinen wirklichen Moment der Berührung, des Kontaktes, wo wir einander fühlen konnten. Und Kakao bietet uns dann diesen Raum, weil wir wollen beide den Kakao trinken. Er ersetzt auch so ein bisschen unser Frühstück, tatsächlich so um 10, 11 Uhr vormittags. Und dann nutzen wir diesen gemeinsamen Raum, um einander einfach ein bisschen näher zu kommen. Das kann sein, wir kuscheln, das kann sein, wir reden. Manchmal kommen Gefühle hoch, Emotionen. Manchmal ist auch vielleicht ein Konflikt im Raum, aber dann kriegt dieser Konflikt seinen Raum. Und wir können darüber reden bei diesem Kakao. So ein Kakao ist ja auch nicht schnell runtergetrunken, kennst du bestimmt. Das ist ein bisschen vollmundiger. Und dadurch hat man mindestens 15, 20 Minuten Zeit, wirklich diese Zeit vielleicht auch zu dem zu machen, was man gerade braucht. Oft kombiniere ich es mit einem Dankbarkeitsritual, was auch immer gut tut. Und ja, somit hat es mein persönliches Leben, aber auch so mein Beziehungsleben wirklich auf ein neues Level gebracht. Ja, was du da gerade noch gesagt hast, fand ich gut. Man verknüpft es halt mit irgendwas. Also wenn ich jetzt Kakao verknüpfe mit, es schmeckt gut, dann wird das wahrscheinlich auch jetzt keine wirklichen Veränderungen in mein Leben bringen können. Weil dann kann ich auch einfach einen Kaba trinken, der schmeckt halt gut und danach ist die Erfahrung vorbei. Und eigentlich ist alles wie zuvor oder so. Aber sobald ich anfange, bestimmte Rituale zu verknüpfen mit anderen Ritualen oder mit anderen Gedanken, dann kann sich ja wirklich was verändern. Ist das auch so, wie du es sagen, also empfiehlst du das auch so, also wie empfiehlst du es anderen jetzt überhaupt Kakao einzusetzen? Also wenn ich jetzt auf deine Website gehe und mir Kakao kaufe, so was ist jetzt deine Empfehlung, was mache ich? Ich fange jetzt an. Ja, also am Anfang habe ich mich da geweigert, habe gesagt, mach doch so, wie du willst. Weil ich mir dachte, wer bin ich denn, dass ich dir sage, wie du deinen Kakao trinken sollst. Doch das hat sich geändert, weil ich gemerkt habe, okay, die Leute, wenn sie sich was Neues trauen, die brauchen irgendeine Richtung. Die brauchen irgendwie eine Anweisung, Anleitung oder zumindest eine Empfehlung. Und was ich von vornherein sage, ist wirklich, nimm dir die Zeit und den Raum für deinen Kakao. Und wie du diese Zeit und den Raum letztendlich füllst, das ist dir selber überlassen. Vielleicht singst du gerne, dann singst du in der Zeit vielleicht. Vielleicht schreibst du was auf, weil du sonst nicht zum Aufschreiben kommst. Letztendlich, was für mich da passiert ist, es öffnet sich ein neuer Raum. Zeit nehmen. Genau. Es öffnet sich ein neuer Raum und diesen Raum kannst du entscheiden, wie du ihn für dich füllst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel bei der Sache, dass Kakao einen neuen Raum öffnet für viele Menschen. Und wenn sich ein neuer Raum öffnet und sie merken, oh wow, da habe ich auf einmal Zeit für Dankbarkeit. Da habe ich vielleicht Zeit zu lesen, Zeit, mich mit meiner Partnerin zu verbinden. Dann kommt auch dieses Denken, okay, was für neue Räume will ich sonst so? Wenn das so einfach geht, dass ich mir einen Raum für mich kreiere und für meine Spiritualität oder mich wohlzufühlen, mich mit meinen Gefühlen zu verbinden. Okay, wo möchte ich mir selber noch meinen eigenen Raum kreieren? Weil wir kriegen ja Räume vorgesetzt. Das ist der Arbeitsraum und das ist hier der Privatsphäre-Raum und das ist hier der Beziehungsraum. Und so hat es auszusehen. Hollywood macht es vor und unsere Eltern machen es vor. Und letztendlich kriegen wir so ein vorgebackenes Leben serviert. Was aber ganz oft nicht funktioniert. Und ich habe das Gefühl, Kakao ist so ein Schritt in Richtung, wie möchte ich wirklich leben? Wie möchte ich leben, unabhängig von dem, was die anderen sagen? Wie möchte ich... Wie glaube ich. Wie kann ich... Untertitelung des ZDF, 2020